und hoch und und hoch und hoch und runter und hoch und ausrutschen und und jetzt wackeln da ist schon ein Buhu Spukpfad Willkommen bei Mario Party du trittst auf dem Spielbrett Spukpfad an Rosalina darf anfangen das wird romantisch okay zeig was du kannst Rosalina ich mach es mir da hinten mal bequem doch eins sieh auf das Gamepad auf den Schlössern finden sich alle Würfelzahlen wieder ja du musst A drücken außer mit von fünf weiteren Schlössern und das ist weggedrückt war ich schneller ja ich habe eine sechs links oder rechts hier gibt es Würfel hier gibt es was anderes mich interessiert mal was es hier gibt Glück gehabt ja jetzt darf ich was aussuchen oh was mach ich denn ich mach nimmer das da was bloß eine achso ich muss öfter drücken jetzt habe ich es auch gecheckt Rosalina die Sterne sind für dich dankeschön du kannst aber einfach A drücken du musst da nicht mit der Steuerung da rumfummeln komm vor mir 3 naja 4 super super einfach A drücken und dann wieder A und dann wieder Sterne bekommen was ist das hier beginnt wohl ein Minispiel mal schauen also wenn er immer S2 drückt musst du A drücken jetzt muss ich gegen dich antreten oh je das ist ja schon gruselig Spuk, Max, Panik also laufen und wenn ich so ein Geist erwische dann Fernbedienung schütteln schütteln Rosalina ok alles klar warte ich beschütze dich ich bleib hinter dir ich bleib hinter dir oder vor dir warte ich beschütze dich lass mich vor dich ich hau die kaputt wenn die dich erschrecken immer mehr nach einfach schnell durchlaufen oh 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 ich bin erwischt worden das war doch ich immer mehr nach schnell bin ich da weg oder? ja anscheinend schon ok ich hab gewonnen ich hab dich abgeschützt so gut es ging ich hab dich abgeschützt ok ich bin dran 1 aber ich krieg wenigstens einen 9 Würfel ein 0-1 Würfel der ist manchmal ganz praktisch zum Beispiel wenn man vor Unglücksternen steht 5 einfach A drücken 5 schau mal bald kommt Bowser frei oh nein ein letztes Schloss hindert Bowser daran aus seinem Käfig auszubrechen und du hast es wieder weggedrückt wenn du das letzte Schloss öffnest kommt Bowser und nimmt dir die Hälfte deiner Mini-Stände weg sieh dich also vor also jetzt kannst du drücken musst du aufpassen Rosalina wenn der Bowser kommt oh oh boah jetzt hat der die abgeschleckt wenn du auf einem Buhu-Feld zum Stehen kommst kannst du dafür sorgen dass der Buhu einen anderen Spieler heimsucht ach ja erst mal Pause machen hier gibt's Würfel bei dir geht das viel langsamer warum geht das so langsamer du musst halt drücken wir haben die gleichen Würfel ok meine hohe Zeit bitte 3 auf diesem Bild sucht Buhu den anderen Spieler heim nimm dich also in Acht äh also geht der jetzt auf mich ab oder auf dich Rosalina auf mich da vorne sind ganz viele Sterne mindestens eine 3 oder so oh nein oh weißt du was Rosalina ich lass dir die Sterne jetzt hab ich auch 5 verloren dann ich lass dir die Sterne ich nehm jetzt den Würfel womit du dann die Sterne kriegst das ist aber nicht so viel und ich hab sogar Pech riskiert Pech Oli oh Autsch Autsch ich hab wieder 5 verloren aber du kannst jetzt ganz viele Sterne kriegen ok nimm den normalen Würfel war das nicht nett von mir? das war lieb so links oder rechts ich weiß nicht links ist ist eigentlich egal also links oder rechts ist jeweils ein Versusfeld also ein Versusspiel ja aber wenn du rechts gehst krieg ich die Unglückssterne wenn du links gehst krieg ich die Sterne beim nächsten Mal ok ok so jeder gegen jeden aufgespürt ok jetzt müssen wir den hier finden mit der tollen Frisur hier ist einer Rosalina hier jetzt ist er unter die Rutsche gegangen hier hier da ist er wieder gut gemacht da oben ist einer Rosalina hier nimm ich den dank oh Gott das gewonnt Das ist so schwierig, mit dem im Bildschirm zu bleiben. Das geht schon irgendwie. Ich habe fünf verloren wegen dem Geist. Aber jetzt bekomme ich wieder Sterne. Seht mal, dort drüben. Wenn du es bis zu der Straßenlaterne schaffst, kannst du den Buch loswerden. Ja, Licht mögen die nicht. Oh, jetzt habe ich aber viele Sterne bekommen. Schön. Du bist dran. Ja, jetzt geht er weg. Das Licht der Straßenlaterne hat den Bucho vertrieben. Hey, das ist ja Browser Junior. Was macht der? Mini-Boss-Kampf. Oh je. Der kleine Fläche. Okay, mega Kumpa-Leiterhüpfer. Machen wir fertig, oder, Rosalina? Warte, ich gehe zuerst. Hat der mich jetzt schon? Ja, ich mache ihn fertig. Keiner fässt Rosalina an, außer ich. Also, Rosalina, jetzt darfst du dann mal auf ihn draufspringen. Ich warte jetzt, bis er kommt. Genau so. Oh Gott, hat er mir jetzt geklappt, oder? Ach, und das war so ein Flughörnchen, auf das muss man auch aufpassen. Okay, ich kann ja warten, wir haben kein Zeitlimit. Also, jetzt kommt er wieder. Jetzt hau ihn drauf. Ja, so war es perfekt. Ich mache mal weiter. Und jetzt du wieder. Perfekt. Wollen wir mal gleichzeitig auf ihn springen? Ja. Also, bei drei geht es los. Eins, zwei, drei. Vorsicht, Rosalina. Warte, du darfst nochmal draufspringen. Okay, jetzt wird er wütend. Rechts ist seine Gesundheitsanzeige. Autsch, jetzt hat mich so ein Flughörnchen erwischt. Also, ich mache jetzt hier mal weiter. Oder willst du nochmal? Vorsicht, hier kommen viele Flughörnchen. Gleich haben wir ihn. Autsch. Nicht getroffen. Jetzt habe ich sie auch nicht getroffen. Okay, gleich haben wir ihn. Das ist ein harter Brocken. So, jetzt aber. Willst du mal nochmal? Du musst ja nach vorne auch noch springen. Jetzt springe ich nur nochmal. Und jetzt springe ich nach vorne. So, das war's. Ich musste dich retten, Rosalina. Das kann man ja nicht mit ansehen. Das hast du gut gemacht. Ich habe nur ein Auge, weißt du? Ich habe nur ein Auge, weißt du? Ich habe nur ein Auge, weißt du? Okay, was haben wir denn? Alles ist doch toll. Gib mir mal einen Würfel, der viel würfelt. Ach nee. Schade. Jetzt, Rosalina, zeig, was du kannst. Drei. Na ja. Rechts ist ein Glücksfeld und links ist irgend so ein Wechselfeld. Ah, Glücksfeld wäre wohl besser, oder? Und links ist ja auch ein Buhu, rechts ist vielleicht besser. Glück gehabt. So, was ist denn das? Drücke auch, um den Baum zu schütteln. Also öfter drücken wahrscheinlich. Dann fallen die Sterne runter. War das nur einer? Okay, weiter geht's. Ich habe auch nur eine Eins. Aber es gibt wieder ein Minispiel. Jeder gegen jeden. Ja, jetzt geht's richtig los. Ach so. Hier sind drei Stück, Rosalina. Die lasse ich dir. Hier sind auch nochmal drei Stück. Apfel, Barane. Ja, ganz viele für dich, Rosalina. Obst ist gesund. M-Sport. Yeah. Super. Du hast gewonnen, Rosalina. Du hast mich ja gewinnen lassen. Ja, ich bin doch so nett zu dir. Ich liebe dich auch dafür. Danke, Rosalina. Ich liebe dich auch. Ja. Danke, Rosalina. Ich liebe dich auch. Ja, und nimm den normalen Würfel. Aber es könnte sein, dass Bowser irgendwann freikommt. Gibst du mein Küsschen? Später. Ich hab's mich noch konzentrieren. Abgesehen von Rosalina, konnte ich es nicht lesen. Jetzt kriegst du ein Würfel, Rosalina. Oh, oh, was passiert hier? Oh nein, Pech. Pech? Oh. Oh. Hey, lass Rosalina in Ruhe. Hat's wehgetan. Ja. Ich bin so erschrocken. Ich tröste dich dann nachher, wenn wir hier raus sind. Okay, hohe Zeit bitte. Fünf. Oh, cool. Yeah. Oh, da ist Buhu. Autsch. Böser Buhu. Wie gewonnen, sozusagen. Buhu, wechsel. Böser Buhu. Jetzt geht er wahrscheinlich zu dir, Rosalina. Oh, nee. Oh, das war ein Zinsatz. Siehst du? Oh, mein Gott. Oh, das war gemein. Einfach A drücken. Ist beides. Oder geh links, geh links. Da kriegst du wenigstens einen Würfel. Ja, da kommt man bald. Aber du kannst ja einen anderen Würfel rauswerfen. Und dann nehme ich den, den schmeiß ich. Okay. Ich werde jetzt Unglücksterne bekommen. Vielleicht. Aber Unglücksterne. Nicht so schlimm. Ziel gerade. Es ist nicht mehr weit bis zum Ziel. Sehen wir uns mal an, wie viele Ministerne alle haben. Also ich habe 40 und du hast 28. Der Spieler auf dem letzten Platz erhält von mir einen langsamen Würfel. Hey, Rosalina, der ist für dich. Danke. Okay. Ah, du kannst ja den 1, 2, 3 vielleicht rauswerfen. Mhm. Man kann halt nur zwei Würfel haben. Das ist der langsame Würfel. Der dreht sich ganz langsam. Von jetzt an darf der Spieler auf den letzten Platz entscheiden, welches Minispiel gespielt wird. Das ist wohl mehr als fair. Danke. Sieh nur, Bowser bleibt weiterhin eingesperrt. Schön. Aber schön. Also hat er jetzt keine Chance mehr rauszukommen. Das ist ein Error. So wie die Dinge laufen, sollte ich wohl besser eingreifen. Nein, nein, nein. Du bleibst zu Hause. Was hat er vor? Eine Bombe. Er hat jetzt einen Bowser. Er macht jetzt Bowser Junior auf Älter. Oh je. Also wenn Bowser freigekommen wäre, hätte der Bowser-Felder gemacht. Wir befinden uns auf der Zielgeradenzeit bei diesen letzten Feldern, besonders auf der Hut. Oh, das ist gemein, das sind die allerletzten. Glück gehabt. Hör nicht auf zu springen. Das muss ich machen. Also, gibt's Sterne, gibt's Sterne. Super. Rosalina, da vorne sind Sterne. Oh nein, der Buhu hat welche geklaut. Ich nehme jetzt den anderen Würfel. Da gehen langsam die Zahlen von 1 bis 6 und du musst halt dann A drücken, wenn die gewünschte Zahl da ist. Also, da musst du jetzt erst rüber gehen und dann A. Und jetzt halt aufpassen, bis die richtige Zahl kommt. Oh, jetzt warst du zu spät. Oh je. Jetzt kriege ich ein Bowser-Feld. Oh je. Nein. Oh nein, Rosalina. Nein. Rosalina, jetzt hast du die Hälfte deiner Mini-Sterne verloren. Oh nein. Das ist gemein von Bowser Junior. Dem werde ich jetzt den Hintern versäulen. Mach das mal. Der hätte es verdient. Ein Buhu-Wechsel. Jetzt kommt er wieder zu mir. Oh, der klaut mich bloß. Nein. Ach Rosalina. Rosalina, ich würde ja gerne welche von meinen Sternen abgeben, aber das geht ja nicht. Außer wir kommen nochmal auf irgendein Feld, wo das irgendwie geteilt wird. Okay. Ah, du hast wieder Sterne. Schön. Oh, gleich wieder weg. Wieder so ein Bowser-Feld. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Nein, verlierst du schon wieder deine Mini-Sterne? Ja. Das ist so fies. Oh, schau mal, wie der mich hinein geklatscht hat. Ja, das war wirklich fies. Oh, ich der fies. Jetzt habe ich auch fünf verloren. Ich mache mal den Würfel. Null. Damit du mehr Chancen hast, hier an das Glücksrad zu kommen. Vielleicht hilft das was. Ja, das ist gut, da kann ich dir Sterne von mir abgeben, aber nur wenn du draufkommst. Aber jetzt bist du nicht draufgekommen. Schade, da hätte ich dir meine Sterne abgeben können. Ach, jetzt kommt der wieder. Jetzt kommt der schon wieder. Also Rosalina. Ach, der klaut uns ja alle. Der klaut uns ja... Zehn Stück wieder. Jetzt hast du gar nichts mehr. Ach, ach nee. Einen, einen Stern habe ich noch. Das geht doch nicht. Dann ist der fies. Musst du drücken. Ist der fies. Ja gut, mir hat er auch welche weggenommen. Das ist so gemein. Du kannst was aussuchen. Ja, nehmen wir das. Schlitter, Schlitterwochen. Das ist nur Zeichen. Es geht erst los, wenn das da ist. Okay, jetzt hoch. Hoch, Rosalina. Und B. Gut. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Bisschen Gymnastik hier machen. Und hoch. Und B. Und hoch. Und hoch. Und runter. Und hoch. Und ausrutschen. Und wein. Und jetzt wackeln. Wackeln los, Rosalina. Wein. Was ist lustig? Ja. Oh yeah. Oh, Rosalina sagt ganz schön ein. Dankeschön. Oh, Lopi sei nicht traurig. Ich gebe es dir ja wieder. Armer, armer Lopi. Hoffentlich kann sich das ausgleichen. Warte, ich nehme den 1er Würfel, dass du noch die Sterne bekommst. Oh, 0. So, Rosalina. Jetzt mindestens nicht drei Würfeln. Du hast nur den normalen Würfel. Aber mindestens drei. Oh nein. Oh nein. Oh nein, hat doch funktioniert. War doch okay. Ja, war okay. Ich habe mich verzählt. Okay, jetzt kommt aber der Bosskampf. Oh je. Da müssen wir schon wieder kämpfen. Der Letzte. Da kriege ich einen Herzinfarkt. Oh nein, bitte nicht. Okay, du darfst aussuchen. Das linke haben wir schon mal gemacht. Da muss man nur die Bomben werfen. Dann machen wir das, ja. Okay. Hast du gesucht schon? Nee, du musst aussuchen. Turanha Bombardement. Also nicht in den Mund reintreffen, sonst büfft er zurück. So nicht machen. Also nur wenn er den Mund zu hat. Ja, nicht so. Jetzt hat er den Gerät aufgemacht. Aber das hat Zufall. Oh Gott, der knallt mir immer eine drauf. So war es gut. So war es schlecht. Hilf auch ein bisschen mit. Okay, jetzt wird er wütend. Das ist immer so die Halbzeit. Komm, Rosalina. Vorsicht. Oh Gott. Nicht immer in den Mund. Das kommt wieder zurück. Ja, ich sehe. Ich sehe. Komm, mach schon, Rosalina. Jetzt haben wir es doch gleich. So, ja. Geschafft. Du hast sogar den Siegertreffer. Ich habe aber auch geholfen. Super, ja. Oh, Lopi. Mein Lopi. So, jetzt müsstest du wieder genug Sterne haben. Siegerehrung. Wir sind am Ende angekommen. Es wird Zeit, die Bono-Sterne zu vergeben. Wie spielst du da? Was? Rosalina? Rosalina? Voll cool. Ja, Wahnsinn. Ich bin dein größter Fan, Rosalina. Und das hast du auch bekommen. Oh je. Wer die meisten Mini-Sterne verloren hat. Und jetzt hast du aber wieder welche gewonnen. Rosalina, du bist super. Applaus, Rosalina. Kommen wir nun zu den Endergebnissen. Ja, ich liebe dich, Rosalina. Ja, du bist die Beste. 66 Sterne und ich habe 40. Das geht ja drunter und drüber. Du warst ja ganz lieb zu Rosalina. Ja. Okay, Rosalina, was machen wir jetzt? Machen wir noch eine Party? Okay, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar oder abonniert mich. Dann gibt es noch viele weitere Videos von mir und Rosalina. Okay. Hast du schon eine Idee, was wir als nächstes für eine Welt machen? Oder wir lassen uns überraschen. Wir lassen uns überraschen. Wie darfst du auch suchen? Okay, Leute. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. 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 Bye-bye.